Wir sind jetzt auf dem Weg, um zu gucken, was wir vom Tower noch nicht haben. Weil es bleibt eigentlich nicht mehr so viel. Da hinten ging es nämlich auch zur Promenade, da hinten, wo die jetzt da gerade am Fighten waren. Und ich würde gerne die Gebiete so an sich erstmal erforschen. Wir haben ja Arc Medical sind wir durch. Draußen Oasis haben wir nur den Draußenbereich gesehen bisher. Wir sind nicht in die Stationen gegangen. Und... Verdammt, was mache ich hier? Ja gut, Level 5 waren wir auch. Ich wollte einfach mal checken. So, Youth Academy haben wir gesehen. Cryogenics haben wir gesehen. Residential Units haben wir gesehen. Oh, wir sind wirklich komplett durch den... Einmal, ähm... Hier, äh, durch den Tower. Das war mir noch nicht klar. Das heißt, Promenade. Ich habe aber keine Ahnung, wo die Power Station der Promenade ist. Äh, deswegen müssen wir vielleicht jetzt mal... Ein wenig... Was riskieren. Bist du Agro auf mich? Was machst du denn? Au, der hat mir nur umgeklatscht. Ja, ja, ist ja gut. Bist du aber noch ziemlich zäh. Oh Gottchen, da ist auch noch einer. Na dann, komm her. Ach. Alles, kein Problem. Dauert nur länger. Wenn's so viele werden mittlerweile. Ein... Was? Ach, das ist dieses Ding, was, äh, dein, dein, dein Leben in Energie umwandelt. Ganz tolles Teil. Würde ich mir immer reintun. Deswegen, lest es euch gut durch. Na gut, da vorne ist wenigstens eine Verkaufsstation. Klar, ey. Also, gut. Es ist jetzt nicht unbedingt bei dem... Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen. Bei dem Drops, was wir hier kriegen, kriegt man schnell wieder ein Equip zusammen. Vielleicht nicht alles das genau, was man vorher hatte. Aber... Ich denke doch schon, nicht schlecht. Die Pilzen wie Pilze aus dem Boden hier. Weg. Butchersblade weg. Schild weg. Und weg. Weg. Und das können wir auch noch wegtun. Jetzt können wir uns das Schild noch mitnehmen. Und das noch mitnehmen. Damit können wir wieder ein bisschen rumballern. Da braucht man ja auch nur zwei Schuss von. Aber seht ihr das? Wie viele Leute habe ich hier jetzt schon umgebracht? Was ist denn das für ein Respawn? Ja, ich weiß. Du bist überladen. Bläh. So. Hier unten war ein Eingang zur Promenade. Jo. Da ist mal noch einer. Mein Gott. Ey. Macht ja nix. Gibt ja nur 20.000 hier. Korinflor. Korinflor. Es ist natürlich scheiße, wenn keine Energie da ist und die Sache... Oh, die Promenade ist auch noch hell. Aber hier waren wir doch schon mal. Genau hier. Genau hier bin ich dann umgedreht. Ähm. Gut, wir haben hier natürlich keine Energie. Aber da ich jetzt weiß, dass hier am Tag, äh, Licht ist... ...lässt sich das doch ganz gut verkraften. Toll. Wir müssen erst mal rausfinden, wo gibt's Energie? Na. Wer sieht's? Ich hätte gerne so eine altmodische, gezeichnete Tafel. Wie wär das denn? Ja. Nicht so ein... You are here. You are here. Das hilft mir nix. Weil... Oder wir bräuchten einen Hinweis. Wir brauchen irgendwo... Ähm. Wir müssen... Ja. Das Problem ist, dass das so viele Stufen hat hier. Warte mal. Den kann ich wieder mit dem erledigen. Die ist echt hart. Aber die überlädt sehr viel. Blö. Nudelbar. Das ist ja fies. Schaufensterpuppen. Davon eine lebendig. Da steht hier einer rum. Als Schaufensterpuppe. Ein Recycler. Ohne Energie. Ich weiß, dass ich das alles hier looten kann. Aber das Problem ist, es spammt ja nur mein Inventar zu. Und bevor wir hier nicht die Energie gefunden haben, ist... Kaka. Er prügelt sich mit dem. Also ich bin auf dem höchsten... Deck der Promenade. Ne, da geht's noch einen höher. Zum Marketplace. Das ist... Arpe... Irgendwas. Arpeggio. Every store, one roof. The Narrows. Das wird wohl noch dazukommen. When Cyanatron moves through Eden. I feel as if my body is the whole city. And every subsystem beats with purpose. Okay. Hier vorne ist die Lobby. Alles klar. Ich checke es. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Zugang. Ja, ich... Ne, ich sammle jetzt nix. Wir brauchen nix. Wir... Pff, ich... Alles nicht nötig. Hm. Vielleicht ganz unten. Aber ich will da jetzt nicht runterfallen. Ich weiß nicht, wie das mit Fallschaden aussieht. So, scann mich doch einmal. Dann weiß ich, ob du Agro bist. So, ob, 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 ob. Oh ja, doch. Gut, Dankeschön. Werde ich haben. Der hat nur Müll. Pitstop. Korkt. Ich bezweifle ja, dass ich hier oben das Ding finde. Aber man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall nochmal Arc Medical. Hier hätten wir nochmal so Heilstationen, wie wir das das letzte Mal hatten. Aber auch keine Energie. 15 Uhr 4. Hehe, uns geht die Zeit aus. Wie soll ich denn die komplette Arcade so schnell durchsuchen? Ich werde mich hinterher noch Zeit nehmen, das mir genauer anzuschauen. Ganz, ganz sicher. Aber ich... Ähm. Ähm. Ich kann hier durch. Und die nicht, oder wie? Weil ich human bin. Naja, wir haben auf jeden Fall schon was, wo wir irgendwo... Haben wir überhaupt einen Maintenance Key? Ich will ja nicht mal... Maintenance Key. Ja, zwei sogar. Mein Gott, warum? Einfach mal ausprobieren. Zack. Fertig. So, auf jeden Fall haben wir irgendwie wieder die Backup-Battery da rein, äh, äh, gepfeffert. Und ich habe immer noch keinen Plan, was das in irgendeiner Weise bringt. Aber... Wir machen es mal. Da vorne ist ein Caputiziano-Tube. So. Zwei Schüsse müssten eigentlich reichen. Den haben wir mal nicht getroffen. Ja, ist ja gut. Was war das? So, das können wir auch schon reparieren. Ich glaube, die Emma habe ich nicht ange... Äh, die Pamela habe ich nicht angequatscht. Also, sie schaut sich manchmal die Einwohner an, wie die hier rumlaufen, und sie wünscht sich, sie könnte das auch. Und sie hat einmal eine Simulation gestartet, in der sie versucht hat, ähm, das zu machen, also so, das Laufen nachzuempfinden, aber das hat nicht so gut geklappt. Ja, das ist bescheuert. Ich erwische 100 pro, die andere auch. Dann machen wir das so. Nun, lauf doch nicht weg. Ja, wir haben ja eh keinen Platz mehr. Also, positiv an der Knarre, die macht sehr viel mehr Damage. Oh, das ist das Teil, was wir haben, nur in Besser. Mal. Tauschen wir es halt aus. Seht ihr? Wir haben Agility Amplifier in... ...Lila. Aber warum habe ich denn jetzt Kampfmusik, wenn hier kein Arsch ist? Aber hier drin sehe ich auch nichts. Aber weil vielleicht da unten noch Millionen von denen rumstehen. Cool. Die rockt. Die hätte ich mal früher benutzen sollen. Aber beziehungsweise vielleicht rockt sie auch erst so, weil ich sie komplett upgradeet habe jetzt. Ähm. Ich sehe hier immer noch keinen wirklichen Weg nach unten. Und wie schon gesagt, ich gucke mich hier jetzt auch nicht so genau um, weil ich auf jeden Fall den... ...ähm, das nochmal... ...ähm, also hier genauer mir angucken möchte. Aber... Mir geht die Zeit aus. Wir haben es gleich schon. Fünf und... Ab sechs wird es dann doch schon merklich dunkel. Ihr seht, da vorne geht die Sonne auch unter. Und danach kann man sich auch ganz gut richten. Ähm. Hey, es wird noch dunkler hier. Schön. Hey, hier darf ich nicht runter oder was? Wieso darf ich nicht nach da vorne? Da kämpfen sie. Hier kann ich runter. Naja. Ich denke, die meisten... ...Geschäfte gehen auch erst auf, ...wenn man das... ...die Energie anhat. Ah. Shit. Ah. Das ist so ein Auf-mich-Zurenner. Da ist die Armbrust besser, weil die... ...die ganze Zeit zurückstößt. Und das ist das Schöne an der Armbrust. Das tut die andere leider nicht. Die macht zwar mehr Damage, aber... ...so kommen die halt gar nicht an mich ran. Das ist wesentlich sicherer, als mit dem anderen Teil. Ne, Wein brauchen wir auch nicht. Oh. Brauchen wir eigentlich nur die Lux. Den können wir mitnehmen. Wo finde ich dieses dämliche Genesis? Hier wäre jetzt meine Anlaufstation gewesen. Weil... ...Informationen und so. Du brauchst Direktungen? Ja. Energie. Wie der gute Jean-Luc Picard immer sagt. Schon wieder eine... Neugier. Die Emotion, die ich fühlte, ...in der Deepframe schickte die erste, ...kommene Transmission. Neugier war das Gefühl, was sie fühlte, ...als der Deepframe seine erste, ...komplette, äh, ...übertragung, ähm, ...gestartet hatte. So. Schön. Wo geht das hin? Zur Promenade. Nein. 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 Hier hätten wir zum Beispiel was, ...was ich aufmachen könnte, ...hätte ich aber auch von der anderen Seite aufmachen können, also. Scheiße, ist das dunkel. A representative from ARC appeared today. Jacob closed the blinds to his office. He did not turn off his personal computer. Also irgendein Typ kam zu Jacob und, ...och, das gibt's nicht, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Dann hier. Stirb. Damit muss ich wenigstens nicht vorhalten. Fuck, wo bin ich? Noch ein Backup-Generator, aber... ...fuck, wo bin ich? Und hier ist irgendwas... ...sieht aus wie ein Schild. Wir haben eh keinen Platz mehr. It's dark. So dunkel. Es ist so dunkel. Da geht die Party wieder ab. Piep, 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 piep. Oh, Wasser. Ja. Trink, trink, iss. Haben wir noch was Großes zu essen da. Ah, das sieht auch wieder gut aus. Also eben zu dem Ding, ...irgendein offizieller Typ ist... ...zu, äh, das war übrigens ne Farbe, ...ähm, ist zu, äh, dem Lukas gekommen, ...oder, wie hieß der? Keine Ahnung, auf jeden Fall zu dem Typen. Und, ähm, der hat irgendwie seine, seine Vorhänge geschlossen, ...aber seinen Computer hat er nicht ausgemacht. Also wahrscheinlich hat sie, will, soll das bedeuten, ...dass sie mitgehört hat. Jacob. Jacob. Also, sie ist fast in Phase 1 nach den Versuchen ...und er freut sich, äh, seit Monaten freut er sich ...und Emma applaudiert. Joa, hm, ich denke, da vorne kommen wir wieder zu dem, äh, äh, ähm, 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 Zum Ausgang, der ein bisschen unterhalb der Lobby war, da war ein, ähm... Brauchen wir nicht. Wie schwer ist das? Hard. Ja, klasse. Was für ein Ding hab ich drin? Das, gut. Im Zweifelsfall können wir schnell einen ausschalten. Ja, wo das hier hinführt, das weiß ich auch noch nicht. Weil... Ein Drink, bitte. Nein? Okay. Wo bin ich? Scheiße. Hicken has asked for Jacob to advance the project without delay. Jacob didn't leave the office that night. Irgendein Hicken wollte von Jacob, dass er das Projekt weiter... äh, äh, also... ...wahrscheinlich... ...schneller, schneller vorantreiben sollte. Hicken has asked for Jacob to advance the project without delay. Ohne weiteren Aufschub halt. Und, äh, Jacob hat das, äh, 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 sein, 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 sein Office, sein, sein Büro nicht verlassen, die Nacht über. Frag dich warum. Hat er durchgearbeitet oder... was war der Grund? Ach, jetzt sind wir bei der Origin Station. Alles klar, ich hab den Übergang zur Origin Station. Alles klar. Vielleicht finden wir hier ja, ähm, den Powerswitch für Oasis. Die eigentliche Frage ist, kann ich da rüber und... ...also hier darf ich wahrscheinlich dann einfach nicht lang. Weil ich weiß nicht, ob das... Ist das elektrisch, ist das nicht elektrisch? Sollen wir es probieren? Ich probiere es einmal mal. Okay, man kann da rüber. Aber man kann leider nicht hier weiter. Schade, 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 schade. So, unter uns geht ja die Post ab. Das... Ja, ja, wir bleiben hier stehen. Aber ich befürchte ja, dass der auch sauer auf mich vielleicht wird. Weil da kommen ja noch mehr. Jo. Uns bleibt ja im Moment nichts anderes übrig, als hier vielleicht, äh... ...die Dings jetzt suchen. Ich will jetzt... Hier könnte ich nochmal was reparieren. Emma received a communication from Levin Echo Ren. She did not read it, but deleted it immediately. Ja, irgendwie komme ich da ja jetzt wohl nicht lang. Könnte natürlich nach unten. Mal schauen, was hier unten ist. Viele Zombies. Das ist, was hier unten ist. Hä? Wieso wird mir der nicht angezeigt? Origin Main Power Station Haben wir hier gar nicht drauf, ne? Wir haben nur Oasis Aber das finde ich ja cool So, wir haben aber auch keinen Maintenance Key mehr Naja, egal Aber wir haben Licht Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwo eine Station finden Es war ein bisschen Glück, dass wir das hier jetzt gefunden haben Jetzt müssen wir nur noch eine Station finden, wo wir die Power hoch tun können So Origin Level 2 Keycard haben wir gefunden, das ist auch nett Ich habe aber leider einfach Keinen Platz So mal gar nicht So scheißend laut Das hört sich an, als ob das direkt neben mir ist Ich glaube, es ist über mir Insofern So, hier haben wir natürlich kein Kabel Repair und kein Maintenance Key Ist schon mal doof Emma cried today And I asked her why She said, sometimes humans cry to let pain escape But it didn't make sense at the time Yeah 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 Oh. Mach du doch. Na, die eine ist verschwunden. Was? Oh. So, jetzt habt die neben dir stehen. Augment Remover. Ich hab noch nicht mal Augments. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich mir Augments irgendwie einstellen kann. Das ist übrigens der Ausgang nach Drowson. Da waren wir ja schon von der anderen Seite. Das haben wir gesehen. Nischt. Man, wie schon gesagt, wir haben ja noch wirklich viel zum Sammeln, aber... Oops. Ein kleiner Kämpf gegen den Großen. Hm? Do you need directions? If you have any questions, go ask me the test to ask. Have a nice day. This comes more than I can assist you. Das kann nicht sein, ey. Nee, das ist vier Stück. Und dann stehen um die Ecke nochmal weitere vier Stück. Maintenance Key. Kaufen wir wieder mal zwei und... Kein... Inventar. Platz. Das ist doof. Wir brauchen einen Recycler. Die Frage ist jetzt... Wie? Wo? War das denn nochmal? Ach komm. Wir benutzen mal hier so einen. Ich glaube, dann bin ich auf jeden Fall wieder... Nee, der heilt leider nicht. Wir haben auch nur einen... Nee, wir haben zwei Heiler. Okay, dann können wir beide nehmen. So, kann ich das auch einfach irgendwie wegschmeißen? Selvage. Ah, man kann das auch... Man kann auch Sachen daraus machen. Das ist ja cool. Hier, Selvage, Selvage. Das sind dann... Das wären dann Crafting-Materialien, die man daraus machen kann. Das ist ja wiederum... Das ist cool. Okay, jetzt kann man auch die Maintenance... Quatsch hier, die Kabelreparierer uns kaufen. Irgendwie fehlt einer, glaube ich. Waren das nicht drei? Ich weiß es nicht so genau. Oh, hier haben wir es. So, drehen wir das Licht auf. Sie dreht auf ein Rad. Hm. Er versucht, sich seitlich anzunähern. Und sie hampelt. Hampel, hampel. Noch mehr hampel. Mal weg. Sorry. Habe ich mit den Klöten geschossen. Das tut mir ja überhaupt nicht leid. Au. Arsch. Habe ich gerade an dem vorbeigeschossen mit dem Sekundärschuss. Also im Nahkampf ist der ziemlich gut. Ja, mein Gott. Nö, ich mache das Ganze auch völlig ruhig hier. Ich bin ja schon mal froh, dass wir hier wenigstens mal Energie haben. Aber was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Aber ich, ganz ehrlich, die Mob-Dichte. Hallo? Also, ich gehe mal davon aus, hier sollst du noch nicht langen, wenn du noch nicht, äh, ein bisschen was auf dem Kerbholz hast. Wo kommst du denn her, mein Freund? Und was hat mich da gehauen? Hier war doch auch noch einer. Nichts, was uns im Moment was bringt. Oh, hallo. Okay, hier sind wir wieder beim Übergang vom Arcadia Tower zum Eingang der Promenade zum Eingang der Oasis Station. Alles klar. Also sprich, die Verbindung ist hier. Weil, da kann man, wenn wir hier hochgehen, dann kommen wir wieder zur Lobby vom Arcadia Tower. Wenn wir hier reingehen, kommen wir wieder zur Promenade. Da ich hier jetzt natürlich das Licht angemacht habe, möchte ich jetzt erstmal hier bleiben. Also, zwölf hat nicht kommuniziert in drei bis fünf Stunden. Sie erfährt eine komische... A strange distortion, also eine komische Ablenkung, in ihrem Speicher, so eine Art brennender Schmerz. Spürt sie etwa Eifersucht? Oder nicht Eifersucht, sondern Sehnsucht oder sowas? Schalali, schalala. Ich weiß nicht mehr, wo das Ganze war. Ich glaube, es war einen Stock höher, oder? Bin ich nicht am Anfang runter... Also, nee, ne? Das kann nicht sein, dass du jetzt schon respawned bist hier. Alter. In der Zeit, in der ich mal drei Sekunden nicht aufgepasst habe, um die Ecke gelaufen bin. Das kann echt nicht sein. Ja, warum nicht? Hier ist noch eine. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Was war das hier? Ich glaube nicht. Oder? Ach, du lebst noch? Oh. Nee, hier war dieser doofe Maintenance Key. Requires Maintenance Key. Ich habe keinen Maintenance Key. Wo war denn das? War das noch weiter hier unten? Nee, das war jetzt wieder der Übergang. Gerade eben war ich doch da, oder? Und da. Ich habe mich verlaufen. Doch, hier ging's. Aber wo war dieses... War das da unten? Glaube nicht. Ich glaube nicht. Die liegt immer noch hier. Aber hier ist schon wieder eine neue gespawnt. Die neue Temporal-Formula ist 23% mehr effektiv. Incidents of Hostility have decreased the nominal values. Nächste Folge versuchen wir dann wieder den Raum mit der Energie zu finden. Der irgendwo war. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn.